Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um total elastische Stöße. Total deswegen, weil wir nur den Fall betrachten wollen, wo wirklich gar keine Energie bei dem Stoß verloren geht. Der Zusammenstoß zweier Billardkugeln beispielsweise kommt dem Idealfall eines total elastischen Stoßes ziemlich nahe. Es wird dabei nämlich kaum Energie in andere Energieformen umgewandelt als in kinetische Energie. Ich möchte mich in diesem Video aber nur mit dem Problem im Eindimensionalen beschäftigen und daher eignen sich diese Autos, die zentral zusammenstoßen, besser als Modell eines elastischen Stoßes. Vorne an den Autos befindet sich jeweils eine Feder, die während des Stoßes zusammengedrückt wird und danach wieder ihre Ausgangsform annimmt. Durch den Stoß wird also keine kinetische Energie in andere Energieformen wie zum Beispiel Wärmeenergie, Verformung der Körper oder potenzielle Energie umgewandelt. Die gesamte Bewegungsenergie, also kinetische Energie der Autos, bleibt erhalten. Bei einem elastischen Stoß gilt also neben dem Impulserhaltungssatz auch noch der Energieerhaltungssatz. Das ist das Wichtigste, was ihr euch zu elastischen Stoßen merken müsst. Damit kann man nämlich nun alles errechnen. Nehmen wir nun zum Beispiel an, wir kennen die Massen der beiden Autos. Das kleine wiegt 1000 kg und das große 2000 kg. Außerdem wissen wir, wie schnell und in welche Richtung die beiden Autos vor dem Stoß fahren. Das große Auto bewegt sich mit 2 m pro Sekunde nach rechts und das kleine Auto bewegt sich mit 4 m pro Sekunde nach links. Das sagt das Minuszeichen. Gesucht sind nun die beiden Geschwindigkeiten der Autos nach dem Stoß, also V1' und V2'. So, ich werde jetzt die Formel, die man dafür benötigt, mit dem Energie- und mit dem Impulserhaltungssatz herleiten. Das ist relativ mühsam und nicht immer ganz einfach. Daher würde ich euch raten, ab und zu mal den Pausenknopf zu drücken und den Schritt nochmal genau nachzuvollziehen. Wenn ihr die Formel schon kennt, könnt ihr auch einfach weiterspulen und euch nur das Ende des Films angucken. Beginnen wir also links mit dem Energieerhaltungssatz. Dieser besagt ja, dass die Gesamtenergie vor dem Stoß genauso groß sein muss wie die Gesamtenergie nach dem Stoß. Und die Gesamtenergie vor dem Stoß setzt sich zusammen aus der kinetischen Energie des ersten Wagens plus der kinetischen Energie des zweiten Wagens. Und das ist genauso groß wie Ekin' vom ersten Wagen plus Ekin' vom zweiten Wagen. Ja, und ich denke mal, die Formel für die kinetische Energie dürfte euch auch bekannt sein. Das ist ja 1 halb mv². Das können wir jetzt hier viermal einsetzen. Natürlich immer mit den jeweiligen Massen m1 und m2 und den Geschwindigkeiten v1, v2, v1' und v2'. Wir können jetzt die gesamte Gleichung mit 2 multiplizieren. Dann fallen alle diese Faktoren hier weg. Als nächstes bringen wir die Terme, in denen die gleiche Masse vorkommt, auf eine Seite. Dann erhalten wir also m1 mal v1'² und jetzt minus m1 mal v1'² ist dasselbe wie m2 mal v2'² minus m2 mal v2'². So, und jetzt kommt ein entscheidender Schritt, mit dem wir die Quadrate loswerden können. Wenn wir auf der linken Seite das m1 ausklammern, bleibt übrig v1'² minus v1'². Und das können wir mit der dritten binomischen Formel auch anders schreiben. Nämlich so. Und auf der rechten Seite machen wir das gleiche nochmal. Also m2 klammern wir aus und den Rest formen wir um mit der dritten binomischen Formel. Also m2 mal v2' minus v2 mal v2' plus v2. So, jetzt lassen wir den Ansatz mit der Energieerhaltung mal kurz ruhen und gehen parallel über zur Impulserhaltung. Auch hier gilt wie bei der Energieerhaltung, dass der Gesamtimpuls vor dem Stoß gleich dem Gesamtimpuls nach dem Stoß sein muss. Und die Einzelimpulse p1 plus p2' sind dementsprechend gleich p1' plus p2'. Der Impuls ist ja Masse mal Geschwindigkeit. Das setzen wir jetzt ein, also m1 mal v1 plus m2 mal v2 ist gleich m1 mal v1' plus m2 mal v2'. So, jetzt haben wir hier zwei Gleichungen, eine von der Energieerhaltung und die andere von der Impulserhaltung mit nur zwei Unbekannten. Das heißt, das ist ein Gleichungssystem, das man lösen kann. Folgende Größen sind uns schon gegeben. M1 und v1 und m2 und v2. Unbekannt sind uns nur v1' und v2'. Und das sind ja auch die Größen, die wir suchen. Dieses Gleichungssystem gilt es jetzt also zu lösen. Ich möchte das mit dem Einsetzungsverfahren machen. Wir lösen jetzt also diese rechte Gleichung hier nach v2' auf. Schaffen also m1 mal v1' auf die linke Seite und teilen durch m2. Also v2' ist gleich m1 mal v1 plus m2 mal v2 minus m1 mal v1' und jetzt ein großer Bruchstrich geteilt durch m2. Das schreiben wir noch ein bisschen um, indem wir m1 in zwei Termen ausklammern und den Bruch aufteilen. folgendermaßen v2' ist gleich m1 durch m2 mal v1 minus v1' plus v2. Hinten hat sich das m2 rausgekürzt. Ja, und diese Gleichung für die Geschwindigkeit des zweiten Autos nach dem Stoßes setzen wir jetzt in die linke Gleichung hier ein. Das wird jetzt eine große Gleichung. Auf der linken Seite passiert erstmal gar nichts. Also m1 mal v1 minus v1' mal v1 plus v1' ist gleich. m2, jetzt machen wir eckige Klammern auf und jetzt kommt das Eingesetzte. m1 durch m2 mal v1 minus v1' plus v1'